Moinsen! Ja, das war wegen der Karte, sorry! Äh, Moinsen, es geht los, ich hab ne braune Hand. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ich hab noch eine gezogen! Rasterstopp! Ich kann die nicht mehr kreisen! Was, was hast du schon getriggert alles? Ja, Tarotkarten! Ich kann die nicht aufheben, ich zieh dann immer aus Versehen! Dann lass sie einfach liegen! Aber dann nimmt Daniel sie und dann zieht Daniel die! Flo, bist du das? Schlimmer als jetzt, kann's ja nicht sein! Äh, könnten wir bitte nicht Curse die Jagd direkt triggern? Ja, deswegen will ich ja die Karten aufhören und Daniel das nicht machen! Lass sie doch einmal liegen und keiner fuckt ab! Aber Daniel, nimm die dann! Nein, Daniel! Daniel, wir müssen Geld verdienen! Ah, na gut! Töte uns nicht! Äh, hier ist ein Geisterorb im EMF! Ja! Außerdem kannst du mit den Tarotkarten wiederbeleben! Äh, kann auch Schnee sein, ne? Ne, ne, der schwebt hier drin! Wenn wir mal Licht wieder ausmachen, kann ich das nochmal bestätigen! Okay! Tarotkarten sind besonders wertvoll, weil damit kannst du halt Dings, ne, wiederbeleben zur Not! Mhm! Hier ist auch 4 Grad! In der Ecke hier, 3 Grad! Man kann auch noch andere tolle Sachen, da wird es auch hinterflog! Das ist ein Ort! Okay, wer ist da hinweist? Geilte, wo ist denn der Schlüssel für das Auto?! Aber es war eben F04, also... Das ist nicht... Scheiß Tarotkarten! Ich hab den Schlüssel, ihr könnt, äh, das anmachen! Ausmachen! Oh, Jesus! Hier, 0,4 Grad war ich hier gerade! Das ist noch keine Jagdschild! Du bist du mir schockt, ich dachte, du bist der Geist! Ich hol' meinen Gedöns! Gefrieren! Gefrieren! Was sind überhaupt die Nebenaufgaben? Mal kurz gefixt? Ja! Bring' mal, äh... Bring' mal was! Hallo! Neemission ist ausräuchern! Also... Das kann nicht mehr EMF sein! Ich hab' irgendwo mein... meine Geisterbox fallen gelassen! Fuck! Ich hol' die mal schnell! Cool! Ah, hier hab' ich sie liegen gelassen! Äh... Bist du hier?! Re... Halt die Fresse! Rede mit uns! Salz und Räucherstäbchen sind Nebenaufgaben! Und Kruzifix! Ja, Salz hab' ich eben gemacht gerade! Was willst du?! Warte, Daniel! Hier, ich hab' schon Kruzifix hier auf dem Auge! Dann pack' ich das mal... Ich kann's nicht mehr nehmen! Bist du böse! Bist du hier?! Bist du hier?! EMF können wir ausmachen, das kann's nicht mehr sein! Außer, es ist ne Mimik! Das könnte ne Fake... Das könnte ne Fake... Fake Orb sein! Also, lassen wir EMF doch mal an! Okay... Äh, was brauchen wir? Bist du hier?! Äh, Fußabdrücke! Jo! Halt die mal Kamera! Jo! Muss man das fotografieren?! Ja! Ja, gib da noch! Gib's nicht mehr Geld! Ah! Äh, Knochen kann man auch fotografieren und dann einsammeln! Apropos, Knochen haben wir noch nicht, oder? Ne! Äh, Fingerabdrücke sind hier aber nicht! Bist du hier?! Okay! Kann ja noch passieren! Hier... Also, mal so... Rede mit uns! Ich suche mal einen Knochen! Jo! Hab' gefunden! Nice! Ich suche keinen Knochen mehr! Hat Daniel den Knochen gefunden, oder was? Ja, hab' ich... Ah, nice! Alter Schwede, Speedrun hier! Ja, aber letzter Hinweis fehlt... Bist du hier?! Schreib' ins Buch! Rede mit uns! Ich freu' immer mehr Sachen! Bist du freundlich?! Ich hoffe! Bist du freundlich?! Ist meine Hand eigentlich wieder weiß? Nein! Ich hab' immer noch eine braune Hand! Hä? Ja! Höh! Höh! Sobald ich einen Gegenstand nehme, hab' ich! Lustig! Wir haben alle Nebenmissionen fertig! Das heißt, das Kruzifix wurde angegriffen! Oh! Oh! Ah, f**k you. Okay. Daniel ist tot. Jetzt haben wir gleich die Tarotkarte nur zu mir wieder zu holen. Ja, oh, das Crucifix wird da gemetzelt. Ja, der ist hier glaube ich hinter mir gespawnt, in der Ecke hier irgendwo. Das ist mit dem anderen. Das fliegt schon. Das war hier auf dem Dings eigentlich. Ne, das ist das hier. Ja, das habe ich gerade runter gemacht. Okay. Wo ist das zweite dann? Das liegt am Eingang. Ja, vorne, nicht am Eingang. Dann lass uns das doch woanders hin tun. Der hat auch die Kerze ausgemacht. Äh, blümmer. Gib uns ein Zeichen. Wir spielen auch mit den Tarotkarten, wenn du uns jetzt den letzten Hinweis gibst. Rede mit uns. Trau dich. Wollen wir eben Tabletten nehmen? Ist keine Jagd, ist keine Jagd. Boah, Alter. Lass doch eben Drogen nehmen. Lass deine Denkjagd. Lass doch eben Drogen nehmen. Lass deine Denkjagd. Lass doch eben Drogen nehmen. Haben wir überhaupt genug Drogen? Oh. Oh, wir haben nur eine Portion. Kevin, nimm du die mal, du bist am Arsch. Oh. 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 So. Du machst das super Chris! Ich weiß nicht wie meine Karte zieht! Schreib ihnen das Buch! Wie ziehe ich denn? Ich hab doch nur einen Interaktionsknopf. Ich kann nicht! Leg mal, leg hier hin! Flo wir ziehen Karten, willst du dabei sein? Was passiert denn? Das wissen wir erst wenn wir so ziehen! Ihr schafft das! Tower! Tower ist Aktion, okay! Mach die Scheiße aus! Ich geb doch den Decker! Ich geh doch nicht da rein! Er hat mir Türvor zugemacht! Wieder Tower! Wo was anderes? Ich geh mal Mühe! Level! Äh... Was ist mit meiner Sanity? Ich glaub die sitzt auf Null oder? Ich geh kommen! Nein, ist sie nicht! Flo ist es auf Null! Ich Gregor! Ich geh schief das Fluffy! Er zieht eine Karte! Hätte ja noch mitgenommen. Ich bin hinter euch. Achso. Ist er nicht fertig mit deiner Scheißjahr? Äh, Flo, du bist ein Scheißkartenzieher. Hä, aber meine Karten sind weg. The Moon. Ah, ne, Joke, äh, Fool. Ach, da liegen die. Wieso liegen die da? The Devil? Ja. Oh, geht wohl wieder los, oder? Heid Priestess! Nein, Fool! Achso. Ich zieh einfach weiter. The Moon. Heid the Fool. Ja. Wow. Moin. Hallo Daniel! Das geht ab. Wir haben versucht dich zu holen. Jetzt muss das sein. Ja, ich weiß. So, haben wir denn schon einen Hinweis? Hehehe. Wie viel haben wir denn noch? Der Rest ist so wichtig. Weg. Ha, Death, viel Spaß. Steht hier was im Buch? Nee, nee. Wo ist das Buch? Ich seh hier so wenig. Links hier im Auto. Ah, ja, ok, ich seh. Nee. Hä? Aber der jagt doch. Also der ist ja hier. Oh Gott, er hat wieder Schorken. Ich dachte du besonnen, Kollege. Er weiß auch nicht, wo du ihn willst, ne? Sind die Jagden jetzt nicht länger durch die Scheiße, die sie da gezogen haben? Keine Ahnung. Ei, 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 ei. Liebst du noch? Äh, ja. Ha. Der Run fing so einfach an, ne? Und jetzt... Ja. Wieso? Weil jetzt die Cursed Hunts beginnen. Dann könnt ihr auch weiter... Es war geil... Es war geil, wie ihr Flo beleidigt habt. Ja, das war der Hammer! Ich hab ja gesehen, dass er da steht. Aber ich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schreib mal in das Buch! Hi Priestess! Komm schon! Ja! Wen hol ich wieder! Äh... Hallo? Ja! Chris! Wo bist du? Ja, Chris wieder! Hallo! Wie alt bist du? Wo ist Chris? Ich mach weiter! Ich steh neben dir! Chris! Ich steh neben dir, du Vogel! Der Devil! Wo ist mein... Die Katarokarten sind auf einmal unendlich! Das ist ja geil! Wo ist meine Taschenlampe? Ich brauch die! Mach ich nicht meine Leiche? Wo ist denn der Haslon? We love fortune! Hä? Der Jagd! Hallo? Flo ist tot! Kevin! Hörst du mich? Ja, ich hör dich! Ich seh dich auch! Du stehst an der Tür! Ich kann kein Alters mehr benutzen! Wuuu! Da steh da! Ja, ist das... Hier jetzt Dings? Nee, das ist... Der ist einfach nur Geisteraktivität! Äh, ich glaub das ist noch Buggy wenn man wieder geholt wird! Ja geil! Ich hab Flo gegen Chris getauscht! Yeah! Ein Spieler... Die Katarokarten sind anscheinend unendlich jetzt! Okay! Cool! Äh... Ah! Ähm... Oh, deine Geistergeschichte hast du auch mal aufgefüllt zwischendurch! Jaja, das hatte ich... The Sun macht 100% glaube ich! Ah! Und we love fortune scheint ne Jagd zu triggern! Und death in a cursed Jagd, wenn ich das richtig verstehe! Okay! Okay! Jetzt ist aber... Also ich will weiter die Karten zielen um zu gucken ob wir die beiden wiederholen können, aber... Gönn dir? Ja, erstmal gucken was könnte es denn sein, also... Das einzige worauf wir nicht konstant geachtet haben war der Dotz! Wollen wir die Kamera reingesch... Oh, die Kamera ist aus! Also Buch hat er halt nie reingeschrieben, das würde ich fast schon ausklicken! Wir müssten ne Kamera aufstellen, damit wir hier durch den Van immer gucken können! Aber ich weiß nicht wo die ist! Ich schon! Aber ich kann sie nicht benutzen! Ich kann meinen Items gehen nicht! Okay, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Äh... Ist sie nicht! Hat er das Buch geschrieben? Ist sie nicht? Ja, ist sie! Ah... Kann ich nichts anfassen? Also... Anfassen ja, aber nichts verwenden! Ah... Oh... 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 Schon wieder so... Mensch! Nein, steh schon müh, da bin ich wieder, ne, Kollege? Here we go again! Leute, wuh! Bin da wieder in der Hut! Oh dammit, wie kann man denn zweimal sterben? Moin! Der Sofa ist ein scheiß Versteck, dadurch stirbt man zweimal. So, wir sind am Arsch, oder? Well shit, die Kamera ist für den Dots gut, aber nicht fürs Buch. Ah, ich seh dich in der Garage. Du kannst mir sagen, dass das Buch geschrieben wurde. Äh... Gib mal bei, du... Nein, okay. Ich würd sagen, ich warte einmal kurz, und sonst geh ich vielleicht mit den Tarotkarten spielen. Wo steht nicht das Kamera-Bot? ... Und schreib doch mal ins Buch! Das wär so viel einfacher! Was für viel gelacht. Im Moment glaube ich, dass es Jura ist. Weil mein Geisteszustand so schnell weg war. Oh, oder ich habe gerade einen Dotz gesehen. Fuck, ich habe nicht aufgepasst. Ach, kein Problem. Einen Job hast du. Dotz wäre sogar Jura ein. Ich trage mal Jura ein und mache mir einen Kaffee. Also, wenn ich da noch nicht zurück bin, dann fahrt er einfach. Okay. Ich warte mal eine Minute noch und gucke, ob der Dotz reagiert. Cool. Sonst gehe ich rein. Ja, dann gehe ich rein. Oh, ja, dann gehe ich rein. Du, lu, 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 lu. Du, lu, 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 lu. Du, lu, 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 lu. Der hat mir einfach meine Farblosung geklaut, der Sack. Wer? Kevin! Echt? Das ist ja kriminell. Ja, ich hab die ganze Zeit vom Monitor geworfen. Oh man, das ist n Hammer. Ne, ich brauch irgendwas größeres, was blockiert. Ja, das ist gut. Das ist die Ikonflasche. Kann ich den einmal mitnehmen? Ne. Leider nicht. Schade. Dann würde ich ihn direkt gegen den Kopf werfen. Peitsch ihn. Ich geh wieder rein. Oh no. Werden alle sterben. Oh Farbdose. Komm zu dritt, wie geht das jetzt? Übrigens, meine Hände werden immer schwarz, wenn ich was anfasse. Ganz komisch. Interesting. Der Griff sieht ungesund aus. Ja. Sind die Taroukarten. Ne, wir sind gegen Taroukarten hin. Oh nein. Oh nein. Und her. Oh shit. Oh shit. Das Buch dahin. Wo ist denn die Geisterbox? Geisterbox, Geisterbox, wo bist du? Wo ist denn die Taschenlampe? Wo ist denn die Taschenlampe? Oh, das ist doch meine Taschenlampe. Die lag doch hier vorhin auch. Vielleicht hat die Daniel hier mitgenommen oder wir... liegt die hier? Ja, hier. Hier ist eine Kamera. Ne. Kevin, wo bist du? Kevin! 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 Da? Okay. Hier hinten ist sie. Ach, bei Flo bestimmt. Jaaa. Und... Hier, für Fingerabdruckheimer. Ah, er ist hinter dir Kevin! Der läuft dir direkt hinterher. Das schafft er nicht. Was da? Oh, du warst fake? Ah, der hat aufgehört. Warst du ne Fake-Jagd? Oder was? Wo ist denn Kevin überhaupt? Die Hengel laufen. Oh ne, der ist noch nicht. Weiß er nicht. Ich hoffe, war ich genug weg. Oh Gott! Alter! Oh Gott! Oh Gott, das wäre das Spatz. Ich weiß doch auch nicht, wo Kevin hingelaufen ist. Ich auch nicht. Oh, ich nehm den Hasen mit. Ich hoffe, mal keiner findet Kevin. Damit wir überleben. Die Cursed-Jagden sind halt auch richtig assi. Da ist ja immer noch Zugang, ja? Ja! Die dauern richtig lange jetzt. Er hat auch immer noch nicht ins Buch geschrieben. Das ist halt mega scheiße. Aber ist es jetzt endlich vorbei? Alter, wo hat sich der Kevin versteckt? Ist der in den Keller gerannt? Oder was? Ich glaube, der ist in den Keller gerannt, ja. Weil er wollte die Sichtlinie unterbrechen. Er wusste ja, dass er verfolgt wird. Ah ja, hier ist er. Ah ja. Hallo, Kevin. Hallo. 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 Moin. Das war die News? Nö. Ey, 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 ey. Ich meine, Kevin ist gut, aber... Okay, so langsam wird der Piss. Ohne Hinweise ist er drin. Ich hol mir auch mal hier schnell was raus. Geilt euch. Hat er ins Buch geschrieben? Okay. Okay. Okay, leider sind keine Tarotkarten mehr da. Keine Tarotkarten? Meine Sanity ist auch auf Null. Das heißt, er wird jetzt ganz oft jagen. Was siehst du? Ah, nix. Nur das Buch. Ich meine, ich hätte was in Dots gesehen, also ich sag... Ich hätte jetzt auch Dots gesagt, glaube ich. Ja, komm, dann Dotsen wir. Was war Dots? Oder habt ihr die Tarotkarten noch irgendwo gesehen? Äh... Ach ja, Jurei. Tja... Das fing so gut an. Gut, also ich hab Jurei eingetragen, ich geh jetzt los. Tschüss. Jo. Ah, ich komm denn da rein! Okay, dann hatte ich das richtig gesehen. Puh! Ich hatte das einmal nur kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Eieieieiei. Scheiße, ich dachte die Tarotkarten wären endlos, aber anscheinend ist doch noch ein Limit. Tja... Da hole ich dich wieder und du stirbst wieder. Ja... Der hat halt immer hinterm Sofa geguckt. So, wenn die Jagd beginnt und du bist im Wohnzimmer... Deswegen bin ich in den Keller immer gelaufen. Ja, wo willst du halt hin, wenn die Jagd beginnt und du bist im Wohnzimmer? Entschuldigung! Vielen Dank.